Der Mobbing-Geschehensprozess. Was passiert eigentlich, wenn nichts passiert? Wenn man Mobbing einfach so belässt, wie es ist und wie es sich entwickelt. Was passiert dann? Das wird spannend. Bleiben Sie dran. Kann eigentlich jeder ein Mobbing-Opfer werden? Tatsächlich jeder. Das ist das Besondere. Mobbing kann jeden treffen. Aber es gibt natürlich Personen, die haben einen bestimmten Risikofaktor. Es ist also nicht vollkommen uninteressant, was für eine Persönlichkeit der Mobber vor sich hat und was für eine Persönlichkeit es tatsächlich am ehesten trifft. Mobbing trifft vor allem Personen, die in ihrem Leben so etwas wie erlernte Hilflosigkeit erlebt haben. Das heißt, die in ihrem Leben erlebt haben, dass sie meistens in Situationen sind, wo sie aus eigener Stärke die Situation nicht beherrschen, auch nicht lösen können und somit das Gefühl erlernt haben, ich bin schwach und ich bin jemand, der möglicherweise auch Adressat von Attentaten oder Attacken anderer Menschen ist. Das ist typisch, man spricht in der Psychologie deswegen von der sogenannten erlernten Hilflosigkeit. Mobbing-Betroffene sind häufig auch Menschen, die das haben, was man Antreiber nennt. Antreiber, das sind autonome Stimmen im Hirn, die beispielsweise sagen, mach allen alles recht. Sei immer lieb. Versuch zu allem im Betrieb möglichst eine gute Beziehung hinzubekommen, zu deinem Chef, zu deinen Kollegen, zu deinem Kunden. Dass das nicht geht, ist klar. Die Mobber wissen das und nutzen es aus. Also ganz so beliebig ist die Wahl des sogenannten Opfers natürlich auch nicht. Wenn ich so genannt sage, dann deswegen, weil der Begriff Opfer, wir werden das nachher sehen, keineswegs ein guter Begriff ist, um den Mobbing-Betroffenen zu beschreiben. Welche Rollen gibt es denn im Mobbing-Prozess? Gibt es nur Täter und Opfer? Das ist eine ganz wesentliche Frage. Wir schauen uns den Geschehensprozess einmal genau an und definieren die Rollen, die am häufigsten vorkommen. Dazu habe ich etwas aufgebaut. Wir sehen das hier. Da sehen wir drei Figuren, die drei verschiedene Rollen symbolisieren. Welche Rolle? Wir fangen mit dem kleinen Reh einmal an. Nun, nicht jeder Mobbing-Betroffene ist gleich eine schwache Persönlichkeit, aber zumindestens wird er aus Sicht des Mobbing-Täters bzw. des Mobbers als Opfer gesehen. Eins sollten wir, wenn wir mit dem Betroffenen sprechen, in keinem Fall tun. Wir sollten nie von Opfer reden. Wenn wir Mobbing-Opfer sagen, zementieren wir im Hirn des Betroffenen, dass er sich selbst nicht helfen kann. Das heißt, wir tragen auch dazu bei, dass sein Ohnmachtsgefühl sich etabliert. Deswegen nicht Opfer sagen, sondern Mobbing-Betroffenen. Und zu dem Mobbing-Betroffenen hatte ich eben schon einiges erläutert, welche Personen häufig betroffen sind. Ja, und dann gemeinhin der Drache. Das ist natürlich derjenige, der immer für das Böse steht. Hier sehen wir, der spuckt Feuer. Wir haben schon gehört, der Mobber ist oft gar nicht so, dass sein Feuer offensichtlich und erkennbar ist. Aber in jedem Fall ist das der Mobber bzw. der Mobbing-Täter. Ja, bleibt noch eine Figur. Und das ist die interessante Figur. Das ist der Ritter. Wer kann der Ritter sein? Wer ist so heldenhaft und schützt das Rehlein? Nun, das ist natürlich an erster Stelle der Betriebsrat. Gut, an zweiter Stelle, das ist eigentlich mindestens genauso wichtig, eine fürsorgliche, verantwortungsbewusste Führungskraft. Und natürlich auch der ein oder andere Kollege, der aufpasst auf eine Achtsamkeit innerhalb der Abteilung, der aufpasst, dass auch Fairness innerhalb der Abteilung gewahrt bleibt. Häufig ist es so, dass der Mobbing-Betroffene gar nicht seine Verbündeten, auch nicht die potenziellen Verbündeten erkennt. Häufig ist es sogar so, dass er Hilfe ablehnt, weil er meint, er müsse damit selber klarkommen oder weil er Angst vor dem Mobber hat. Diese drei Rollen gibt es sehr stark in diesem Mobbing-Prozess. Und es ist sogar manchmal so, dass die Rollen miteinander vertauscht werden können. Dann wird es richtig kompliziert, vor allem wenn man Betriebsrat ist und erlebt, leider erst zu spät, dass derjenige, der sich gemeldet hat, gar nicht der Mobbing-Betroffene ist, sondern der Mobber selbst. Das heißt, dass der Mobber angegeben hat, er würde gemobbt. Alles schon erlebt. Erkennt der Mobbing-Betroffene Menschen, die ihm helfen wollen? Leider viel zu selten. Es gibt oft Menschen in der Abteilung, es gibt oft Menschen im Team, die wollen helfen, die setzen sich auch mal gern zu den Mobbing-Betroffenen. Die versuchen ein Gespräch, manchen fällt das auf. Aber der Mobbing-Betroffene weist sie sogar zurück, manchmal aus Angst, dass diejenigen, die ihm eigentlich helfen wollen, zu den Mobbern gehen und dass es dann zu weiteren Drangsalierungen kommt. Aber der Mobbing-Geschehensprozess bewirkt auch, dass die Wahrnehmungsfähigkeit des Mobbing-Betroffenen immer mehr nachlässt und er somit auch gar nicht erkennt, wer ihm eigentlich wirklich helfen kann oder tatsächlich helfen will. Das gehört mit zu der Ohnmacht, die sich ausbreitet. Das gehört mit dazu, dass die von Mobbing-Betroffenen immer weniger wirklich wahrnehmen, was Sache ist und damit auch so manche Rettungsringe, die ihnen hergereicht werden, gar nicht annehmen. Was passiert, wenn nichts passiert im Mobbing-Geschehensprozess? Das war unsere Ausgangsfrage. Und jetzt? Jetzt ist klar, wenn nichts passiert, passiert trotzdem was. Was passiert? Dem Mobbing-Betroffenen geht es immer schlechter, er wird immer ohnmächtiger, wird irgendwann fehlen wegen Krankheit, Fehltage nehmen zu und ähnliches. Und der Mobber freut sich. Das kann nicht unsere Aufgabe sein, dies zuzulassen. Damit das nicht passiert, haben wir das Mobbing-Seminar von der WAF. Ich bin Referent Hartmut Brandt und ich freue mich, wenn ihr dabei seid.